Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Milchpudding mit Karamellsoße. Milchpudding mit Karamellsoße, Port. Pudim de Leite Mocha ist eine berühmte Nachspeise aus Brasilien. Für die Zubereitung wird U.A. viel Leite Mocha benötigt, und so lautet auch der brasilianische Markenname von Nestle's gezuckerter Kondensmilch, Milchmädchen, wonach diese Delikatesse benannt worden ist. Bei uns ist gezuckerte Kondensmilch allerdings nicht überall erhältlich, siehe Tipps. Bei richtiger Zubereitung bekommt der Pudding innen kleine Löcher, und die Karamellkruste wird wieder flüssig und dient als Soße. Dieses Rezept erfordert etwas Erfahrung, aber das Ergebnis belohnt die Mühe. Für 15 Personen werden folgende Zutaten benötigt. 200 Gramm Zucker 2 Dosen A 400 Gramm gezuckerte Kondensmilch, siehe Tipps 300 Milliliter Vollmilch 6 Eier Folgende Utensilien werden benötigt. Frankfurter Kranzform Wasserbad, bestehend aus einem weiten, flachen Topf, in dem die Kranzform leicht Platz hat. Schneebesen oder Handrührer mit Rührbesen mit einer Schüssel. Zubereitung Den Zucker in der Puddingform, am besten eine beschichtete Ringform, bei mittlerer Hitze langsam schmelzen und solange karamellisieren lassen, bis Farbe und Konsistenz wie Honig sind. Mit etwas Wasser ablöschen und verrühren, bis alles schön flüssig ist, dann die zähflüssige Karamellmasse durch Schwenken gut in der ganzen Form verteilen, sonst klebt der Pudding später an. Die Karamellschicht vollständig erkalten und hart werden lassen. Gezuckerte Kondensmilch, Milch und Eier in eine Schüssel geben, dann alles mit Schneebesen oder Mixer sehr gut verrühren, bis der Eigeruch verschwindet und die Flüssigkeit anfängt leicht schaumig zu werden. Die Puddingmasse in die kalte, auskaramellisierte Form gießen. Die Form im Wasserbad im Backofen, mittlere Schiene, bei 175 Grad Celsius etwa 1 bis 1,5 Stunden garen, am Ende der Garzeit mit Zahnstocher prüfen, siehe Holzstäbchentest. Den Pudding in der Form belassen und noch 2 bis 3 Stunden abkühlen lassen, dann vorsichtig am Rand von der Form lösen und in eine flache Schale stürzen. In 2 bis 3 cm dicken Scheiben servieren und diese jeweils mit einem Löffel Karamellsoße übergießen. Wird mehr Karamellsoße gewünscht, muss diese extra zubereitet werden. Tipps Für dieses Rezept wird gezuckerte Kondensmilch benötigt, die wesentlich cremiger und süßer ist als normale Kondensmilch. Die Originalleite Mocha, die gezuckerte Kondensmilch, Milchmädchen, von Nestlé, ist bei uns nicht überall erhältlich. Die Märkte mit dem großen Tee haben sie fast immer, und in Österreich ist sie auch in Plastiktuben zu bekommen. Gezuckerte Kondensmilch wird jedoch auch in Asialäden angeboten, zum Beispiel Marke Longevity, sowie auch in russischen bzw. osteuropäischen Lebensmittelläden, zum Beispiel Marke Eskuschönka Leka. Als Beilagen eignen sich Der Original-Pudim wird in Brasilien ohne weitere Beilagen-Ergänzungen serviert. Wer möchte, kann die Milchpudding-Scheiben eventuell mit Früchten garnieren oder ein Sahnehäubchen aus Schlagsahne oder Vanillesahne daraufsetzen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!